Und dann habe ich halt angefangen, das Messer zu halten und hat mir erst mal erklärt, wenn man das Messer richtig hält. Das hält man nicht wie so ein Stift, sondern das hält man irgendwie anders. Wie öffnet man einen Kopf? Also ich habe, das habe ich mal, das bin ich mal gefragt worden. Ich habe dann lapidar gesagt, Haut aufschneiden, Bohrloch machen, Deckel raussägen, Hirnhaut aufmachen und dann ist das Gehirn da. Aber es sind natürlich sehr viel mehr Details. Für einen Anfänger ist das Ganze natürlich nicht so banal. Wie hält man das Messer? Wie tief schneidet man rein? Man kann nicht einfach mal bis zum Knochen durchschneiden, alle Schichten, sondern man macht es ja schichtweise. Dann blutet es ja. Wie sorgt man dafür, dass es jetzt nicht weiter blutet? Wie macht man eine Blutstellung? Wie macht man die Blutstellung so, dass man die Haut nicht verkocht, damit es danach keine Wundheilungsstörung gibt? Wo macht man denn genau überhaupt den Hautschritt und wo macht man überhaupt die Öffnung? Wie bringt man das Bild? Die Kunst der Neukirurgie ist ja das Bild, die 3D-Information eines 2D-Bildes auf den Kopf zu übertragen. Das ist ja in der Neukirurgie insofern wichtiger, weil in der Bauchchirurgie legt man den Patienten auf den Rücken und macht halt den Bauch auf. Und dann fängt man halt an zu suchen und weiß ungefähr, wo die Sachen sind. Und im Kopf ist es ja schon so, dass man quasi eine Bowlingkugel hat und sich immer überlegen muss, wie komme ich jetzt am besten an die Struktur, die ich da jetzt haben möchte. Dann muss man die Kugel eben so drehen, dass das, wo man einsteigen möchte, am oben ist. Und das kann entweder am Hinterkopf sein, das kann an der Seite sein, das kann unten sein, das kann oben sein. Also da muss ich schon vorher ganz im Klaren sein, weil wenn man an der falschen Stelle ist, trifft man auf normales Gehirn und das möchte man eigentlich schon. Deswegen ist die Lagerung und wie man das macht mit der 3D-Vorstellung, in der Neukirurgie ein ganz integraler Bestandteil, den man erstmal lernen muss. Und dann habe ich halt da reingeschnitten und dann habe ich halt natürlich gezittert. Dann hieß es, zittert er wieder. Und dann habe ich natürlich noch mehr gezittert und dann habe ich das Bohrloch gemacht. Deswegen habe ich auch lange Zeit, wenn mir die Leute zugeschaut haben, habe ich mir auch immer überlegt, denkt der jetzt auch, dass ich jetzt zittere? Und in dem Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, weil die Operationen werden ja auf dem Bildschirm übertragen, alle sehen das ja. Und wenn man eben, wenn man erst, und dann sind ja eben auch Gäste da. Also jetzt in der Charité, und das war damals auch bei ihm, er war ja auch sehr bekannt, kamen immer Leute, die wollten halt was lernen, die wollten zuschauen. Und wenn die halt dann da so rumgelaufen sind, landeten die auch in deinem OP. Und dann haben die halt dann dazu geguckt und hast dir überlegt, oh Gott, wenn der jetzt sieht, wie doof ich mich anstelle und wie ich jetzt zittere. Und dann musste man halt lernen, dass man halt über diese Dinge nicht nachdenkt. Das war halt eine gewisse Schule und eine gewisse Abhärtung. Und irgendwann hat man halt mal nicht mehr darüber nachgedacht, weil in dem Moment, wo du dir gedacht hast, wenn der jetzt sieht, wie ich jetzt zittere, dann hat man noch mal gleich noch mehr gezittert. Ja klar. Ja, und dann war ich eben, dann habe ich das Loch gemacht, dann war das Loch im Schädel, dann habe ich auf die Hirnhaut geguckt. Und dass die Hirnhaut was Besonderes ist, das wusste ich schon. Und dann meinte er, jetzt schneiden Sie halt da rein. Und dann habe ich gesagt, ja wie jetzt, also richtig durch oder so. Da ist doch Gehirn eventuell drunter. Nein, da ist das Hämatom drunter. Jetzt schneiden Sie da rein. Und dann standen wir da wie Patt und Patachon, ja. Und der hat mir halt dann gut zugeredet, jetzt da mal reinzuschneiden, was ich dann auch gemacht habe. Und dann war auch das Blut da und dann haben wir auch das Blut abgelassen. Also so lief das. Das war nur ein Ausschnitt von unserem Gespräch. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Das komplette Gespräch gibt es hier. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und wenn wir uns hier bald wieder hören oder wieder sehen. Bis dann. Tschüss.